Ich hab ja Glasscheiben. Könnte man ja theoretisch... Was soll ich denn jetzt? Oh. Wo sind denn jetzt meine Glasscheiben hin? Da. Haha, Fenster. Wunderschön. Ein sehr stylisches Haus. Okay. Leder, aha. Oh, das hält warm, das Zeug. Das hält richtig heftig warm. Das hat sogar acht Rüstungen. What the fuck? Wie viele Rüstungen hat denn dieses Kupferkrempel-Zeug? Das hat nicht so viel. Zwei Rüstung. Zwei, zwei, vier. Was ist das denn? Aus Eisen wird das hergestellt, okay. Wird ja nicht besonders warm. Ach, sonst ist das nicht besonders gut. Aus Fabrik. Was kann ich hier herstellen? Aus Plant Fiber. Ah, okay. Ach, da kann ich die Sachen herstellen, die ich am Anfang normalerweise mir auch anziehen könnte. Also, ich bräuchte 18, 33 Liter. Kitchen Count, da hat er den denn geklaut. Ah, was sagt denn dieses nette Buch? Florens Goal. Florens Goal. Florens Journey Begins, Florens Introduction. Okay, Codex L. Hm. Okay. Achso, das ist in den Dingern da drin, in dem Buch. Hm. Ich tu das mal umplatzieren. Äh, wo hab ich's denn? Da. So, ich hab ja hier Kisten. Kann ich ja das ganze Zeug mal reinklatschen. So. Was, was ist das denn? Dudes Smash-Arizer. This item needs to have a description set. Keine Ahnung. Weg damit. Wurde das nämlich mal lieber mit zum drauflegen. So. Psst. Päckchen, Ruhe. Nein. Päckchen tut wieder nerven. Päckchen. So. Was haben wir denn da? Hab ich noch irgendwelches... Holz. Was ich verkraften kann. So. Um strak nach unten zu kommen. Bissens Cript-Mining a la Terraria. Oh. Baby. Ich hab's ja erstmal ausmisten. Wie jetzt. Dann schon zu wenig Kisten. Ich grabe und grabe. Was? 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 Oh, da sind ja auch noch zwei Waffen. Ich brauche mehr Käse. Ah! Bild auf eines. Script mining. Ups. Ja. Okay, man kommt hoch. Moment. Aber ich habe keine Fackeln, Schatz. Oh! Okay, man kommt nicht ganz hoch. Ja, super. Ah, alles klar. Doch, wenn du nach rechts oder links drückst. Ich muss nur jetzt eben mal gucken. Das kann weg und der kann weg. Und dann wollte ich eigentlich, genau, mein Pickaxe verbessern. So. Weizen müssen. Ganz unten liegen. Irgendwie sind die Fackeln verloren gegangen. Was? Nein, da sind sie nicht. Jetzt? Jetzt haben wir keine Fackeln mehr. Ich guck noch mal ins Inventar, aber... Okay. Da sind keine. Oh, fuck. Das war zu weit. Ja. Hast du dich umgebracht? Ja. Ach, mir fällt da gerade ein, wie wir auch noch gut an Holz kommen. Ohne dass wir wohl in den Sand fliegen müssen. Dig mal scharf nach. Was denn? Wir sind auch noch im Raum für sterben. Ach so, ja. Wir haben also noch einen Planeten zu erkunden. Ja. Oh ja. Oh, ist eben gleich mal Witten. Jetzt erstmal ein bisschen Weizen einsammeln, mach ein paar Brote und mach dann zwei Hamburger. Jetzt hab ich nicht genügend Holz für Fackeln, aber genügend Kohle. Trollolol. Weizen mal unten, das ist mehr als genug. Warte kurz. Ich geh mal auf deinen Planeten und tu mir mal einen Baum. Ich geh mal auf deinen Planeten und tu mir mal einen Baum. Ich geh mal auf deinen Planeten und tu mir mal einen Baum. Ich geh mal auf deinen Planeten. Geht ganz schnell. So. Äh. Kann es sein, dass dein Schiff auch in dem Orbit von dem Planeten hier ist? Wirklich. Wirklich. Wenn ich mich nämlich von deinem Schiff runterbeame, bin ich bei uns im Haus. Verdammt. Scheiße. Fick. Ja. Dann haben wir noch wenig Wahl, ne? Ach, ich kann hier gar keine Hamburger machen. Dafür Pancakes, okay? Was? Als Vogel hast du andere Rezepte. Du Vogel, du. Ja. Wie gesagt, du hast andere Rezepte als Vogel. Wie als, äh, Mensch. Genauso wie du an dem Teil, an dem, an der Spinnendingsdach, an dem Webstuhl. Ja, stimmt. Was kann ich da eigentlich machen? Andere Dinge machen kannst, so als ich. Ah. 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 Da kann man Sachen, die hab ich eins rübergestellt. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Kann man Sachen machen, die im, im Schneebiom extrem hilfreich sind. Ja, ich weiß. Kann man Sachen machen, die im Schneebiom extrem hilfreich sind. Vor allem ist es alles arschteuer. Ja. Ja. Das, äh, vor allem, man braucht Leder für die Sachen, die wirklich was nützen. Muss mal gucken eben. Ich hab ja noch gar keinen Bogen. Ich hab mal gern was, wo ich mal öfter hab Leder fallen lassen. Dafür brauch ich mal einen Bogen. Das lässt eigentlich Leder fallen. Hm. Ich hab das mir nämlich ganz ehrlich nie so gemerkt. Weiß ich nicht, aber, äh, ich denke mal, Alter, hier... Ich glaube, wir müssen beide sterben. Wir haben keine Bäume mehr. Also eine Fackel weiß ich noch, die wir nehmen können. Wobei, äh... Ist... Wenn ich mit meinem Schiff wegfliege, dann ist ja, ist ja in Ordnung, ne? Du kannst es ja trotzdem drauf beamen. Das geht alles. Ich hab mich eben schon gewundert. Als ich ein paar Mal gestorben bin, hab ich mich einfach wieder runtergeblieben. Da ist mir schon aufgefallen, so, oh, ich bin ja wieder auf dem Planeten. Obwohl ich eigentlich... Wir haben nämlich im Orbit zwei Monde, aber das Problem wird sein... Ja, dann brauchen wir Leder. Ähm... Dass es da arschkalt ist. Äh, ich hab die Idee. Was kostet das... Wie seh ich denn, was das kostet? Wenn du dir das Fuel ansiehst... Das, was rot... Ne, äh, wenn das gelb ist... Dann kommst du bis dahin. Das zeigt dir dann an, wie viel du danach noch überhast. Wenn das rot ist, scharf, kommst du... Genau, richtig. Ach so, rot... Rot reicht dann nicht. Okay, dann brauch ich's nicht probieren. Ich hab's grad probiert und es geht nicht. Um's mal besser auszudrücken. Hi. Äh, geh mal schnell. Hi. Ach, ich ändere ein bisschen was um. Wohin? Alles, was für die Arbeit ist, kommt jetzt oben hin. Küche bleibt unten. Jawoll. Oh, da wo man am längsten braucht hinzukommen? Oh mein Gott. Äh, wir brauchen Kohle. Ne, wir brauchen... Ja, wir brauchen... Ja, wir brauchen...